Willkommen zur 50. Folge von 30 Sekunden Kita-Recht und zu einem Hinweis der Unfallkasse, nämlich dass bei einem geplanten Besuch im Streichelzoo oder auf dem Kinderbauernhof, jedenfalls dort, wo die Kinder, das sollen sie ja auch, mit irgendwelchen Tieren in Berührung kommen, mit Katzen, mit Meerschweinchen, mit Schafen, dass man dann bei den Eltern vorher eine kleine Umfrage starten sollte, ob irgendwelche Allergien diesbezüglich aufgetaucht sind. Denn, und das finden wir durchaus nachvollziehbar, man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Angaben, die vor ein paar Jahren im Anmeldebogen einmal hinsichtlich Allergien gemacht worden sind, immer noch aktuell sind. Insofern, vor einem solchen Ausflug, die Eltern fragen, ob es dort Veränderungen gegeben hat.